was tun wir eigentlich gerade ein bisschen ein bisschen kömlich alle totte und mann ist das scheiß ding rosa noch bitte dafür ist jetzt aber bitte auf die stelle treppe nix oder noch was sagt jetzt aber nicht nett jetzt nicht mit meinem problem organisieren wir bei uns der pferde fährt es hätte auf der trüste mit der fährte rüstung zwei eisen eine tier und eine größte mann scheißdorfbewohner alter du bist das also ich finde eine ausdrucksweise jetzt hat er mal zu holen das kostet jetzt bist du für eine musik der weg raus ja fertig doch das ist doch schlau aber schlau aber schlau aber schlau aber ok also ich tun jetzt sammeln und zum kloster ist jetzt hier ich muss jetzt hier ganz kurz mal ein abseilen ein würstchen legen auch nicht schon ja ich hab da persönliche probleme um hat schon so eine dreckfestung alter ein bisschen stark das macht mich dann immer Schwierigkeiten auf hartstelle oder die mich einfach ganz einfach dann bin ich raus aber ich habe alles in haus klingeling schon ewig nicht mehr gespielt naja ist halt hart wer zu hart es ist ganz schön heute mal ist das für eine kacke scheiß hölle ich bringe mich gleich um mann kürzlich helfen oder du arsch ich dir zur hand gehen oder was anderes zu angehen bitte aber die absolute ekelhaftigkeit kommen würde die fall du alle patte ja ich habe findest du noch mal eine festung und ich bin direkt über laber oder auch nicht wo bin ich weiß nicht ich bin herbert krönemeyer ich will mich sofort umbringen ich halte ich jetzt nicht auf der schlimme noch mal bitte und dreckigen polen du drecksack und dreckigen pola hast du auch noch anderen ton und schon mal knicke olaf knicke kommt knicke jetzt noch olaf knicke aber mal ein guter kumpel aber wir haben uns hier drinsteilung so aufdringlich naja es sind schön auch mal gleich nackt und so das finde ich immer nicht gut da auch mal ja immer komisch da auch herren mit darum baumeln lassen und alles also ist jetzt komisch schön bei mir lassen bis er schleift sein ist jetzt nicht so ganz cool aber reichen gegen gekommen nicht kann ich sein kann ich sein das ist so cool Oh Oh Komm die Katze Kuckuck Aua Arschloch Aua Arschloch Nein Keine Position mehr Meine Chance, jetzt bist du tot Schle Aua Halt Du warst ein netter Kotz, komm, geh her Dann lass ich dich vielleicht am Leben Nein Und alles, was du in der Kisten gefunden hast Nein, 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 nein Ich weiß, wo dein Haus schläft, Digga Ja, du bist schon wieder voll der Pädobärchen Oh, gefällt dir doch, ne, ne, ne Oh ja, Arschloch Oh ja, Arschloch Oh ja, Arschloch So, guck mal hier, oh, mhm Ja, du Schwein Oh Oh ja Oh ja Na, geh doch da, du Ei Oh, eins, Fuchs, oi Ah, geil Auf Füxchen Oh ja, da kriegt du Flipper hier oder weiter Ich bin schneller in mein Haus Oh, du gehst ja auch durch den Wald Ja, teuerlich Du gehst voll den Abkürzung, ey Den Abkürzung, Digga Den Den Abkürzung Aber ich war lauf, ne Scheiße Aha, ich bin schneller als du Okay Au Da 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 Das war so BB 고�arrn K communities Ähm wie bitte ? Bomin Scheiße Ja, geg Roar so sieht freundschaft aus gepflegt eine frisse wieso maulwurf aber wollte doch nippelquart geben soll nippelquart hätte hier und hier und das hast du eigentlich alles jetzt in den ton gefunden sommer erzähler nur eine eiserne pferde rüstung und eine goldene pferde rüstung und ein sattel damit kann man nicht so reich gerade aua finde deine aggressive art nicht gut na und lasse mir es ist das letzte war ich noch habe war mit schwein ja oder verschwindet na gut dann bin ich mal nicht so war es ist hier eigentlich groß bin ich ja ob sie kennt man nicht abwarten ich habe voll durch ja ja er züchtet sich halt so okay so die meter barzeln sind schon schön wie langsam auf diesen drax haus head laufen kann alter leck mich doch aber übelst mann war das eine spannende folge die ob es vor der falsche hobsack scheißen das ficken kotzen weil schon durch die aufnahme nicht beendet haben ja das ist gut aber dann mache ich nicht hochwertig am arsch da haben wir abwendet nicht hören und jetzt ist er wieder mit dabei ist das anders als würde alles weg waren also ich bin hier auf meiner bank gerade und bin gerade nebenbei an mich um mein essen kümmern wieder bestellen hat die kreis mal herbert will ich bin so nicht so gel Ich beame es ja nicht so. Dekobank basteln. Geil. Oh, alle drin da. Ein Kappes. Ja, hör auf. Hast du deine Diaz mit? Nee. Einmal. Einmal ist er zu sterben. Oh, jetzt ist er tot. Oh, ich bin reich. Nein, so bin ich nicht. Ich hab alle Level weg und so. Alter, du hast ja noch Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Oh, die Eisenschwitzer kennen die mich mit. Äh, ich hab die alle sind da die komische Bumsruhe reingepackt und so, ne? Warum lässt du meinen Todessteiner nicht einfach? Nee. Ich will ja gucken, was du so in den Taschen hast. Eine Frechheit. Ja, ja. Ich wollte dich schon immer mal weggebumst haben. Immer dasselbe mit dir. Hauptsache mal fett die Höhlenmusik, Alter. Was ist nun los? Wow. God help. Wow. Summe du, Digga. Digga. Digga, was. So, zack. So. Das war noch mal fett-soja herstellen, ey. Fett-soja, Junge. so weit muss ich es muss man es ja nicht machen so ein hamburger großen fleisch ein bisschen töstbrot ich muss langsam pinkeln alter weiter macht den bb in die hose nicht das kommt immer so doof ist man so feuchten im stück haben so langsame tos mal roter troppte aber bevor ich mich jetzt in der hülse bis sag ich mal beendet damit worte folge wir können jetzt auch ein bisschen quatsch wenn ihr das wollen tun und so macht's gut bis